Baba... 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 Daddy, das ein Spiek, finde ich schon noch gleich. Mama... Mama... Mama, Mama, Mama Mama, Mama 그想 zu machen mit der Kamera? Kuck. Jetzt bin ich jung. Bebe! 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 Wann geht es gut? Ich denke, sie wird die Pläte und nicht die Vegetable nehmen. Mama! 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 No Wirori! Mama... Mama... Maya... Und wir gehen nach der Wand. Anika! Anika! Ja, Anika, das ist dein Wand. Anika! Und wir gehen da, Anika. Wir gehen da hin. Anika! 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 We're gonna take a little walk around before we hit. Even my tongue is freezing So, we're gonna take a walk before we go thrifting for some winter clothes. I need some pans and I thinkreditust, too. Und ich hoffe, dass wir hier durch dieses kaltes, kaltes Wetter. Ich denke, es ist jetzt fast minus 10 Uhr. Wir sind nicht erwartet, dass es hier in der Schweiz sein wird. Also, das hat sich als eine wirkliche Schock gemacht. Annika, wie du es möchtest? Es ist so cool! Hallo! Wir sind sehr froh. Wir sind sehr froh. Hi! Hi! Das ist, wo wir gehen. Und das ist, wo ich mich auf den Brüchen schäufe. Für die beste Frau in der Welt. Und das ist meine Mutterin-Lösin. Die beste Mutterin-Lösin. Und die stolzeste Mutter in der Welt. Und das ist, wo die der Berg ist schäu. Es ist nicht wirklich schäu. Aber ich sagte hier Winod, dass er da geht und da geht. Oh, hast du gesagt? Ja. Okay, jetzt gehen wir thriftin. Ja, wenn wir hier sind. Ich will kaufen eine Koffin für mich. Und es heißt das ist schäu. Das ist schäu. Es ist wirklich schäu. Ja, der Registin ist, dass nachs, nachs und nachs, nachs und nachs, es muss sich auch schon schäu sein. Wie schäu? Na auf 20. Und so, ich war versucht, zu filmen mit dieser Fancy camera hier. Ich denke, ich habe vielleicht zwei oder drei gute Bilder, ohne eine sehr schreckliche Hand. Aber ja, wenn ich zu filmen, muss ich meine andere Hand halten, ohne eine Glove. Ich sage dir, es ist nicht einfach. Aber GoPro, nochmals wieder, saves die Zeit. Aber ich habe eine Maske gerade jetzt, weil ich in dieser Haare Salon gefragt habe, ob es eine Möglichkeit gibt, dass sie diese Maske auf meinem Kopf haben. Und ich hatte die Maske dort. Und dann, ich habe einfach nicht herausgestellt, dass ich sie noch immer wieder habe. Hier 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 Sie sehen, sehr traditionell, hier und ich hier habe, hier zwei Jahre hier hier in der zwei Jahre. Apparently, a lot. Und dann, wir gehen, die beste Café da. Und wir gehen, zu haben, mit meiner mit meiner mit meiner Ich bin sehr 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 froh, Ich bin wirklich froh, dass es jeden Tag minus 5, minus 8, minus 10 Grad ist. Das ist wie der Souten Seite. Das ist hier. Hier sind Sie hier. Ja hier sind wir hier. Ja hier sind wir hier. Wir gehen so hier. Annika, wir gehen sehen. Annika ist hier. Täti ist hier. Hi. Täti ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Ich weiß nicht, was ein Englisch für das ist. Es ist vielleicht ein Community Hall. Und, Vinod? Es ist 5 Uhr. Ja. Es ist 5 Uhr. Es ist 5 Uhr. Und es ist so kalt. Ich frage meine Entscheidung. Warum wollte ich nach Finnland kommen. In December. Ich habe gesagt, dass du kommen kommen. Schauen wir in die Sommern. Vino's favorite words, dass ich dir so gesagt habe. Aber wir gehen jetzt nach Santa. Und jetzt kommen wir jetzt aufs Körbönen. Und wir gehen jetzt aufs Körbönen. Und wir gehen jetzt aufs Körbönen. Wir gehen hier in der Schweiz. Lapland. Korvatunturi. Oh Annika. Oh. 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 Oh, Annika. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, Vogel academic. Oh-oh. Honk. Oh, ah. Ah, laughing. Oh, that's okay. Oh, und meine Tearkan hat mit denиях. Annika! Hymidet ihr euch! Hymidet ihr euch! Es ist definitivisch Top 5 in Finland, aber ich würde sagen... Ich denke, dass sie eigentlich eine newspaper gemacht haben, über die Top 20 kaffee, in all of Finland, und dieser war Top 20. Wenn wir auf dem Markt gehen, dann kommt ein bisschen Busse. Oh, Busse! Wenn wir gehen, dann sind wir da. Er ist mit Tafeln, und... Easy! Annika! Annika, das ist so gut! Kannst du das riechen? Ja, das riecht aus dem Zinnamen. Jaa! Das riecht aus dem Zinnamen! Oh, hey, hier! Sehr schön! Ich bin hierherr. Ich bin hierherr. Ich bin hierherr. Ich denke, dass wir das machen können. Ich möchte, was da ist, was da ist, auch wenn du den Zinnamen bahn hast. Ja, der Zinnamen bahn ist dieser Größe. Und ich denke, dass zwei Leute, da sind sie, wenn du sie zu essen. Und wir haben hierherr. Annika! Ich bin hierherr. Oh! Annika weiß, was sie bekommt. Es ist so schön, so schön. Es ist so schön. Schau, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Ich habe da gewonnen. Es ist so schön, das ist so schön. Teas, koffe, wöchentlich. Nein, ich bin hierherr. Nein, ich bin hierherr. Ich habe es mit einem Koffe und einen Koffe. Ja, ich habe es nicht so schön. Ich habe es mit meinen Koffe und einen Koffe. Nein, nein! Nein, nein! Annika ist having den besten koffe, das ist der Schauspieler. Und ich glaube, das ist so schön. Das ist so schön. Es ist ein sehr schönes Café. Das ist ein sehr guter Café. Ja, das ist ein sehr guter Café. Es ist ein sehr schönes Café. Es ist ein sehr schönes Café. 100 Jahre alt. 20 Jahre alt. Wooden. Annika just wants mehr und mehr. Ja. Es ist einfach nur in meiner Mund. Auch der Choffie ist sehr gut. Ja, das ist so glücklich, dass jeder hier ist. Was soll ich sagen? Annika hat Lingonberry Pie. Die Nexten Die Schuue ist so glücklich, heute haben wir gekauft. Sie ist so glücklich. Guten Tag! Guten Tag! Jaa. Wir sind hier. Es war jetzt gut. Nein! Hier gibt es eine kleine Umgebung. Da ist ein Meer. Jaa, da ist ein Meer. Your lake is there. We are on the island. Mela is on the island. We have now arrived at my sister's place again for a couple of hours of dinner break before we head back to my mom's. Vino is teaching me my language. Daddy or Dad? Once again. Daddy! Which one is your bike? Both. Both are yours? Yes. Why do you have two bikes? Kilometers. Everyone's breath is steaming. Annika. Let's go, let's go. Here we have Annika. That's my daughter, grandpa. And here it starts with my dad, his younger brother and elder brother. And almost the same photo here, but just here is my grandma. My dad is trying to look so cool there. And here it starts with my dad. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Because it's over in one second. Oh my God. Wait, 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 wait. Annika. Annika, come on. Annika. Annika, come on. Annika, come on. Annika, come on. Oh! The last kid! Annika, come on. Annika, come on. She's happy. Ahhhh. Annika, come on. Annika, come on. She's happy to take the jacket off. Ich bin der Ich bin der Annika Annika Es war ein Es war nicht so schlecht Peter geht mit dem Ist gut Ja Annika Ich bin der 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 Go ahead. Okay, take two. How have you felt? I can't remember how I asked it. I think it was something like, now that you have spent a few more days in Finland and... I'm really good. I'm getting used to it. Initially, I would say it took me a while to adjust because of the darkness. I knew that it was going to be dark and stuff, but when you really experience that, it's a bit disorienting. Because when you're having lunch, and then after like it's 3.30 or 4 p.m. and it's already very dark, so it just takes a while. And now on the weekend, it's going to be like minus 15 degrees, so that's the temperature. I saw that it can even be closer to minus 20. And it's going to be like really good winter days because it's promised to be like sunny. And when it's really... It like really lifts up the moon. Preparing so much just to leave the house. because in India, it's like you just blew out of the building. It's like, oh my God. I try to take care of him. Whoop a woolen hat. Yeah, your mom always reminds me, oh, you forgot the hat. It's okay. How is your underwear? Yeah. She asked me very good. Oh my God, I didn't find it. It's okay. But it's okay. I've just got a look at it. If I had sugar or not have sugar or not, I'm sure it was a bit late. You're like,